Musik Herein! Hallo Frau Fröder! Guten Tag Herr Pauli! Eine Sekunde brauche ich noch. Hängen Sie doch schon mal Ihre Jacke auf in diesem Platz. Schön, dass Sie da sind. Was darf ich für Sie tun? Ich habe ein paar Fragen zu meiner Betriebshaftpflicht. Vielleicht hat der jemand ein paar Minuten Zeit für mich? Ich denke schon. Ich werde ihm sagen, dass Sie da sind. Darf ich Ihnen vorher einen Kaffee anbieten? Ja, gerne. Einen Kaffee mit Milch bitte. Aber selbstverständlich. Ich bin gleich wieder zurück. Musik Ich bin gleich wieder zurück.